Dienstagmittag gegen 12 Uhr sind auf der Straße von Hartha nach Waldheim zwei Autos zusammengefahren. Nach ersten Informationen der Polizei wollte der Fahrer eines silbernen Nissan Micra von der Kreisstraße aus auf die S36 in Richtung Waldheim abbiegen. Am Stoppschild missachtete er die Vorfahrt eines Hyundai. Durch die Kollision wurde der Nissan in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer sowie zwei weitere Insassen wurden verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.